Wer denkt, dass grüne Politik zerstörerisch ist, der sollte seinen Blick abwenden von der Laiendarstellertruppe der Ampel und ihn in Richtung grüner Jugend wenden. Denn dort passiert das grüne Wunder und es sorgt dafür, dass immer mehr Menschen die Alternative für Deutschland wählen. Moin, ich bin David, wir schauen uns das an. Ich habe uns einen Artikel von der Jugendfreiheit vorbereitet mit dem Titel Neue Vorsitzende, Mörder und Kinderständer, grüne Jugend gegen jedwede Abschiebung. Die neuen Vorsitzenden der grünen Jugend, Svenja Abhuhn und Katharina Stoller, haben gefordert, alle Abschiebungen unverzüglich zu beenden. Abschiebungen traumatisieren Menschen. Sie sind keine Lösung, sagt Stoller im Interview mit dem Spiegel. Es war oder ist sehr schwierig, etwas über die beiden Damen herauszufinden. Das sind im Internet wahre Phantome, was sehr ungewöhnlich ist für jemanden, der in der Politik tätig ist oder dieses für sein Leben anstrebt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass beide so gut wie noch nie gearbeitet haben, bestimmt auch zu einem guten Hause kommen und alles besser wissen. Das zeigen sie ja schon in den ersten Worten, die sie hier von sich geben. Es ist ihnen egal, was mit Menschen passiert, die Opfer von kriminellen Migranten sind. Sie wollen die kriminellen Migranten nicht traumatisieren, indem diese abgeschoben werden. Das ist so überheblich von diesen beiden Damen, das passt auf keine Kuhhaut. Aber weiter. Auf die Frage, ob sie gegen einen generellen Abschiebestopp wären, antwortet Stoller mit Ja, ich finde es absurd, darüber zu entscheiden, wo ein Mensch leben darf. Niemand flieht einfach so. Damit würde auch die Rückführung von Mördern, Vergewaltigern und Kinderständer nicht mehr möglich sein. Abkun antwortet auf die Frage mit Was haben wir alle denn dafür getan, dass wir jetzt hier leben? Nichts. Das ist reiner Zufall. Ja, richtig. Aber dieser Zufall hat nun mal entschieden, dass in Deutschland Deutsche leben. Und dass, wenn Gäste nach Deutschland kommen, diese sich benehmen müssen, ist doch absolut offensichtlich. Und jeder kennt es von sich zu Hause. Wenn sich ein Gast nicht benehmen kann, wird er aus dem Haus geworfen. Wir tolerieren in unseren vier Wänden niemanden, der sich nicht benehmen kann, der uns schädigt. Und dasselbe gilt auch für unser Land. Wir tolerieren niemanden, der sich hier nicht benehmen kann. Und wir sprechen ja hier nicht einmal von schlechten Benehmen. Wir sprechen hier von Mördern, Vergewaltigern, Kinderschändern, die, wenn sie verurteilt wurden, wenn sie ihre Strafe abgesessen haben, dieses Land sofort zu verlassen haben. Aber das möchte diese Dame nicht. Denn sie will für diese Menschen nicht entscheiden, wo sie ihr Leben verbringen. Das ist absolut lächerlich. Wie kann man so etwas, so einen Stuss von sich geben? Damit zeigt die Dame, dass es ihr absolut egal ist. Was mit den Opfern von diesen kriminellen Migranten ist. Ja, es heißt immer, aber Deutsche begehen auch Verbrechen. Natürlich, aber es sind nun mal Deutsche. Es ist etwas Schlechtes, womit wir leben müssen. Aber wenn kriminelle Migranten in einer sehr hohen Zahl nach Deutschland kommen, ist es nicht etwas, das selbstverständlich ist. Es ist nicht etwas, mit dem wir leben müssen. Wir können uns entscheiden, dass wir das nicht wollen. Und die grüne Jugend möchte uns diese Entscheidung abnehmen. Und deswegen darf die grüne Jugend, darf die grüne Partei nicht mehr gewählt werden. Ich bin wirklich fassungslos, wenn ich sehe, dass diese Partei immer noch auf 14 Prozent kommt. Das ist absolut lächerlich, wenn wir uns die aktuelle Lage in unserem Land anschauen. Stoller beklagt sich zudem darüber, dass ständig Flüchtlingsunterkünfte brennen und die Helfer vor Ort alleingelassen würden. Diese Belastung darf keinem geflüchteten Menschen zugemutet werden. Zudem sprachen sich die beiden Bundesvorsitzenden für die Enteignung von Wohnkonzernen aus, damit mehr Sozialwohnungen gebaut würden. Beide bezeichnen sich zudem als Sozialisten. Das glaube ich ungesehen. Das erkennt man schon nach dem ersten Satz, dass diese Damen waschechte Sozialisten sind. Sie möchten Wohnbaukonzerne enteignen, damit mehr Sozialwohnungen gebaut werden. Also wenn uns der Staat eins gezeigt hat, dass er vollständig unfähig ist, was wirtschaftliches Handeln angeht. Das bedeutet, wenn eine Wohnbaugesellschaft enteignet wird und vom Staat künftig geführt wird, dann wird sie noch mehr versagen, als sie es ohnehin schon tut. Und jetzt ist dieses Versagen absolut auf die Politik und die Rahmenbedingungen zurückzuführen. Das bedeutet, diese Sozialisten wollen ein sozialistisches System. Sie möchten somit die Demokratie abschaffen. Wo bleibt der Verfassungsschutz? Warum darf man hier frei darüber reden, dass man den Sozialismus einführen und die Demokratie abschaffen möchte? Was ist mit Herrn Heidenbank? Warum schreitet er da nicht ein? Es ist wirklich unglaublich, was in Deutschland möglich ist. Und es ist unfassbar, dass die Grüne Partei immer noch in Landtagen und im Bundestag sitzt. Und es ist unfassbar, dass pseudokonservative Parteien wie die CDU mit den Grünen auf Landesebene gemeinsame Sache macht. Wir dürfen nicht schweigen. Wir müssen immer laut sein und das ansprechen. Jetzt solltest du dir aber auch unbedingt dieses Video hier ansehen. Wir sehen uns drüben. Bis gleich. Danke, tschüss.